Hallo und herzlich Willkommen zurück zur Kinderkamm Deliverance Wenn ich falsch ausspreche, tut mir leid meine Damen Baum hier, Baum da, Baum hier, Baum weg, Baum hier, Baum weg, Baum hier, Baum weg Baum hier, Baum weg Baum hier, Baum weg Naja Das sind aber so können Irgendwie ein Kühl in der Nähe sein Und sonst echt frech mal einfach im Internet suchen Guck mal, kann man doch kurz machen Ich will nur raus, wie es überhaupt möglich ist Ich finde hier im E-Mail irgendwie niemand was Also es ist Ne, ich kann mal vergessen hier was zu suchen Tut mir leid, aber es ist echt doof Ich habe nichts gefunden In der kurzen Recherche Ich sollte vielleicht wirklich mal ein Pferd rufen Und da hin mal gehen Wieso hinken wir in der Runde hinterher Ich weiß gar nicht Ich muss immer auf C klicken Linkshänder Probleme X, Z und D, E, Z natürlich nicht Aber Naja Querfällt ein, hier geht es durch Das ist halt ein bisschen ein Problem von Linkshänder mit C, X und blablabla Ich finde es eigentlich die gleichen Tasten wie Rechtshänder Aber mit Linkshänder, also mit der rechten Hand Also nicht mit Links, wie Rechtshänder, sondern mit Rechts, mit Linkshänder Das ist kompliziert, ich weiß Kommen wir hier irgendwie durch Ne, so kommen wir durch Hallo, in, in, rein Also ohne Pferd geht es Nur ein Problem, wenn wir jetzt irgendjemanden finden Oh, guck mal, Fliegenpilze Knollenblätterpilz Oh, das ist bei sonstiges Und sonst haben wir das gefuttert Und das wäre nicht so schön So ein Fliegenpilz futtern ist echt nicht gut Für die, für die, für die Verdauung und alles Ich weiß nicht, was ein Fliegenpilz ist Keine Ahnung, ob das wirklich einer ist Nee, ist nix Shit, kommen wir nicht durch Ah, sind wir im Wald und kommen da nicht durch Was ist denn das? Nichts, oder? Ich glaube nur, nee, ist gar nichts Was ist denn das hier? Hier können wir nicht rein Da muss man nicht schäulen oder irgendwas Keine Ahnung Aber das hier, das ist, glaube ich Ich weiß nicht, was es ist Wir konnten mal Ob wir hier schon waren Keine Ahnung Wir fragen den falschen Herren Vielleicht können wir hier wirklich was sagen Keine Ahnung Hier waren wir, glaube ich, schon, ne? Gibt keiner eine Antwort? Ist das... Ist das... Ir... 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 Oder da unten Da waren wir noch nicht Das Lager kann sie auch nicht sein, ne? Sollen wir mal Dann auch unten gehen Wenn es da nichts hat Ähm Gehen wir dann Der Dame Also dem Problem der Dame nach Das heißt, wir sollen Daten reden Das ist nicht so eine Spezialität Aber wir können das besuchen Dass wir das irgendwie hinkriegen werden Ist vielleicht nicht so wunderlich gut Aber, äh Ist mit uns mit dem Soldaten anlegen Aber vielleicht bringt das uns dann weiter In dem anderen Fall Aber ich will jetzt wissen, wo die verdammte Kohle her Wo man die Kohle herkriecht Ob es einfach hier im Dorf der oberste Herr ist Der irgendwie Kohle hat oder so Vielleicht können wir den Herren hier fragen Vielleicht, wo es hier einen Kohle gibt Hallo? 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 Du bist dieser neue Junge Schon wieder Ich bin auch ein neuer, ne? Vielleicht stehen Herren mal eine Runde fragen Er ist ja der Verletzte Well then, did you I'm working on it Alright Hmm Wir sind nicht überladen Mui, wir können hin So, ein bisschen Guck mal Fährt um Ich frage mich jetzt echt, wo Ach, hier, komm Wir versuchen es mal Wir gehen mal Das Ding da vorne ist es, glaube ich Jetzt kriegen wir mal ab Ja, komm hier Ich komme hier im Fluss Gut Ich dachte, das ist schon scheiße Wir sind im Fluss gefangen Aber es waren wir bis jetzt auch nie, ne? Hat der vielleicht eine Antwort Oder ne? Über dich Can you tell me something about yourself? Myself? Well I'm a farmer And happy to live on In such a place as this Land is good for growing My neighbors are kind enough Some folk are not as quiet as I would like Blacksmith being a good example Oh, the blacksmith I've met him Didn't really care for the bloke He's too loud at everything His constant hammering Ping You can hear it through the valley But even when he's not working He's loud He's always on that flute When he's not on his hammer I'm not sure which is worse Blast that bloody flute Wait You know him? Would you Well Would you borrow his flute? Should be somewhere at his house If you bring it back to me Maybe we could all get some peace Okay, no problem I need to know Where the blacksmith lives The blacksmith? Well, ask him He should be around the smithy The whole day Okay Ich hab nur kurz gehört Aber wo ist der Herr? Hmm Er beklagt sich Das könnte hier sein Wo ist denn der? Ah, da hinten Yay Können wir doch vielleicht irgendwelche Kohle herkriegen? Hallo Was meinst du da, Junge? Äh, naja Ich brauche ein paar Stücke von Charcoal Würdest du mir ein paar Stücke? Ein paar Stücke Vielleicht fünf Was brauchst du? Oh, Fische Kohle? Äh, für was? Oh, Fische Kohle Äh, naja Für ein Potion Ich habe eine Frage, wenn ich das mache Wo ist es, wo du lebst? Äh, in meinem Hohle ist natürlich Na ja Wo ist das? Nice I need to open a certain lock And I don't have the key Yes, that's the trouble with locks You need a key to open them So, tough luck Hop it quick before I tell the bailiff If there's some tramp Hanging around here Who wants to rob decent people No, no That's not how it is at all I'm not a thief Then how is it? Alright then, I'll tell you Um, my wife took my house keys And locked up for the night If I want to go to the tavern I have to sleep in the hay And I've had enough of that A woman telling a man what to do That's a sad state of affairs Isn't there any blacksmith where you come from? There is, but as luck would have it He's my father-in-law You know what? Take an axe and smash the door in Show what a man you are Na gut I don't remember now Wir haben einen Schlüssel Das ist nicht so, dass wir ihn nicht haben Ähm, aber haben wir einen Schlüssel? Echt? Subchapter, ähm Ach, es ist Seitenquest oder wat? Fünfte Kohle? Was wird's? Haben wir keine Kohle bekommen? I need a few pieces A few pieces For a potion to Jerry the farmer Wir haben auch hier Kohle Ah, guck mal Aufheben Ah, nicht Löwen Sanudobi Das ist auch noch eins Also drei insgesamt Vier Die liegen einfach so rum Hätte ich auch Da In einer anderen Schmiede machen können Aber gut Ich will nicht Brennnesseln sammeln Die haben wir schon Hier Fünf Fünf Yay Haben wir das zusammen? Jetzt haben wir wirklich schon ein paar Quests hier gesammelt, ne? Das heißt Ab zu Kräuter, Omi Ach, guck mal Hier ist das Pferd Hier haben wir den guten Gaul Ach, den wunderschönen Gaul Jetzt haben wir alles zusammen Ähm Ja, genau Hier, also Hier nach unten, ne? Tja So, jetzt alles wieder In den guten, schönen Wald hinein Da Omi wohnt Also Omi ist einfach Übertrieben gesagt, ne? Ist ja einfach nur Eine Kräuterkundin Kräuterkundlerin So, geht's nicht Wenn man das wirklich nennen darf Also Den richtigen Namen nennen darf Weil Hexe töten ein bisschen doof Ein bisschen düster Ist ja keine Hexe Ist eine Heilkundin Eine Heilkundin Oder eine Heilkundin Irgendwas Hallo Die Dame Bitte sehr Ich hab doch Wegen dem Heimkundin Well then Did you find everything we need? Ja Joa I've got everything Then come and get stuck in Alright lad Since you've paid Wouldn't you like to learn How to make the potion? Why not? Very good Step up to the fire then I'll tell you what to do You'll learn Verdammt Ist es wirklich? Ich hab schon ewig nicht mehr gespeichert Perfekte Kacken, oh man Wunderbar Verkacktem Knüle Na gut meine Freunde Wir sehen uns im nächsten Part Ich hoffe mal Hab ich da gespeichert? Keine Ahnung Wann ich gespeichert habe Letzte Mal Fick die Henne Na gut Wir sehen uns Bis dann Und Tschüssi Tschüssi Wir sehen uns im nächsten Mal